Ja, hallo. Ich mache dieses Video direkt nach dem 8-Stunden-Test und möchte euch jetzt von meinen Erlebnissen berichten. Ich heiße Birgit und wohne im Landkreis Stade. Ja, ich war sehr neugierig, was da wohl auf mich zukommt. Ein bisschen habe ich mit diesen Energien schon zu tun und kenne mich auch ein wenig aus. Dennoch, diese ganz neue Technologie fand ich sehr, sehr spannend und für mich auch sehr aufregend. Und das zeigte sich auch gleich, nachdem ich das 9010 MedBet aktiviert hatte, dass ich heftige Herzklopfen hatte und mich dann aber wieder beruhigt habe. Oder zumindest auch, so wie der Oliver das erklärt hatte, wieder in die Ruhe gegangen bin, also mit dem MedBet 9010 gesprochen habe. Und ich hatte auch ein besonderes Anliegen, denn ich hatte jetzt gerade akut eine Muskelsehnenentzündung im rechten Oberarm. Und habe da schon so einige Zeit mit rumgehampelt und das Ergebnis war immer nicht sehr gut. Also somit mit dieser Absicht bin ich auch abends ins Bett gegangen und habe das mit 9010 aktiviert. Ja, das erste, was ich gespürt habe, war tatsächlich im linken Arm eine Wärme und es war so, ja ich sag mal nach so zwei, drei Minuten war es tatsächlich so, dass in der Mitte, da wo der Solaplexus ist, dass es da wie eine Art Stich gab, anders kann ich das nicht beschreiben. Fand ich für mich irgendwie interessant, habe dem aber keine Bewertung weitergegeben und habe auch erstmal mit offenen Augen im Bett gelegen und wollte einfach tief einspüren, was sonst noch so passiert. Ja, diese Wärme glich sich praktisch wieder aus, also ich bin sowieso ein warmer Typ in Anführungsstrichen und von daher, also glich sich das Ganze wieder aus und ja, dann bin ich auch relativ schnell eingeschlafen und ich hatte auch eine leichte Erkältung, hatte also auch bestellt, dass ich bitte, dass der Schnupfen wieder aufhört. So, ja, am nächsten Morgen war es dann so, dass ich ganz normal aufgewacht bin und ich bin nicht zwischendurch aufgewacht. Und ich habe durchgeschlafen und ja, habe am nächsten Morgen wieder aufgewacht. Das heißt, ich bin doch vorher wach geworden, habe aber die Augen nicht aufgemacht und hatte so bei mir gedacht, es reicht jetzt und habe tatsächlich das Stopp gesagt. Und da kam so vor meinem inneren Auge, als wenn, ja, dieser, das was man so im Film so sieht, also vor meinem inneren Auge, als wenn so diese, dieses Licht zurückfährt. Ja, fand ich irgendwie ganz spannend und dann war so, so innerlich war so ganz klar, ah, jetzt ist es fertig. Okay, ja, und dann bin ich aufgestanden, meine Schmerzen waren nach wie vor noch da, veränderten sich aber im Laufe von einer Stunde in das, ja, dass es sich anders anfühlte, also die Schmerzen im Oberarm. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass der Schmerz fast weg ist. Und ich war so vorher schon runter auf ungefähr ein Schmerzempfinden von ungefähr 40 Prozent. Also jetzt ist er fast, ich sage mal, ungefähr noch bei 5 Prozent. Ich merke ihn noch, aber das schreibe ich doch dem Mitwitz 9010 zu, dass sich da echt was getan hat. Und das überwältigt mich sehr, denn ich bin so jemand mega skeptisch und ob das wohl klappt. Und ja, also so, ja, das war meine Erfahrung. Und der Schnupfen ist so, dass morgens die Nase lief und ich den Eindruck hatte, der Rotz muss erst mal raus. Und ich hatte also auch einen Ausgleich gestellt und ja, und ja, seitdem ist die Nase frei und fühle mich auch wieder fitter. Ja, ich bin sehr begeistert und ich würde mich auf jeden Fall freuen, an der Studie teilzunehmen. Und da bin ich schon ganz gespannt, denn ich habe noch die ein oder andere Stelle, die ich gerne weiter, ja, ich sage mal, in den Fluss bringen möchte. Dankeschön.